Ach, ist das schön! Ist das schön, he? Und wie die Vögele zwitschern. Komm Vögele, zwitschern mal! Ist das schön, he? Kaum sind die ersten Sonnenstrahlen raus, muss man schon wieder im Garten liegen, he? Als ob man nichts zum Schaffen hätte. Da könnten wir grad meinen, der Typ da, der hat nichts zum Schaffen. Am helllichten Mittag liegt der im Garten, mittags um zwei, das muss man sich mal vorstellen, am Donnerstag Mittag um zwei, da ist man doch bei der Arbeit. Ist das schön, he? Ist das toll! Oh, guck mal da, da oben, ein Flugzeug mit Kondenswasserstreifen am Himmel. Ah ja, gell? Die haben auch nichts zum Schaffen. Die fliegen in den Urlaub. Aber hier auf Balkonien ist es auch schön, gell? Man muss ja nicht immer wegfliegen, gell? Es ist so schön bei uns selber, in Deutschland. Ich möchte gar nicht woanders morgen, vor allem mit nach Japan, gell? Ist das schön. Ist schon drei? Da kommt doch Sturm der Liebe im ersten. Meine Lieblingsserie mit dem Hotel, gell? Ich verpasse keine Folge. Was? Was? Wie?